Sonntag, 19.15 Uhr. Ja, ich habe ein bisschen geschlafen. Das wird eine Zeitrafferaufnahme von dem heutigen Abend. Heute ist ja der 17.8.2017 und es ist ein richtig schöner Himmel draußen. Und meine Wearable, meine Panasonic Dingsbooms 100, kommt mal wieder zum Einsatz. Ja, ich filme jetzt von innen durch die Scheibe, deswegen ist das ein bisschen unscharf, weil die Scheibe ist eine Raucherscheibe. Okay, viel Spaß. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man sich ein bisschen besser. Und hier kann ich meine Kamera überwachen über das Tablet. Mir geht es dabei gar nicht so sehr um das Bild, sondern hauptsächlich in dem Bereich da unten, wie lange der Akku noch durchhält. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020